steht da und bewegt sich nicht schnell gehen jawohl so und das war jetzt yes luke oh man it's nice hey bro he was out there but we took care of him you know fuck when i heard y'all banging through the door luke where's sarah i don't know what to do about her what's the matter you gotta help sarah look look it's clam see it's just like i told you they're ok ja wir sind hier um euch äh hausholen we have to go now can you get up i don't know what to do i can't snap her out of it ok i tried to carry her but i guess carver mess me up pretty good back there i don't know it's just after carlos she just lost it started running through woods like a maniac i chased her for i don't know how long and then while she saw this mobile home made a b-line right forward i'm just glad y'all are here oh wir sollten gucken dass wer da rauskommt was we gonna do about her die äh es wird nämlich nicht wenig kennt luke you're hurt but jane can you carry her not out of this not if she doesn't want to go it's just too it wouldn't work ok it get us all killed listen i uh they're gonna tear this place open pretty soon we can't stay so we gotta get her up or we gotta what do you do i have to try i have to try for hours i can barely get her to look at me clam ra sarah it's me sarah is so verengdised that we can't go anywhere without her to give her back because she is not too far as it is just like kenny Ich brauche, dass ich so viele Menschen verloren habe. Aber es hat mich stärker gemacht. Ich habe gelernt, mich selbst zu schützen. Die Dinge sind nicht so, wie sie vorher waren. Die reagiert aber auch nicht. Zeit! Wenn alles begonnen hat, habe ich mit meinem Freund, Lee. Er versucht, mich zu finden, zu finden, meine Eltern. Er hat mich mehr als jemand anderes in meiner ganzen Welt. Er stirbt, um mich sicher zu halten. Ich hatte so Angst. Aber du bist immer hier. Er hat mich zu stark sein, selbst wenn ich Angst bin. Er wollte mich leben. Und dein Vater hat dich beschädigt, weil er dich zu leben wollte. Er würde immer das wollen. Also sie erzählt ihr gerade, wieso ihre Geschichte, ihr Lebensereignis mit ihren Eltern verloren hat und so weiter. Und sich doch immer wieder hochgerappelt hat, weiterzumachen, weil man muss ja irgendwie weitermachen oder überleben. So, da es bei mir gerade geklingelt hat, musste ich das jetzt mal unterbrechen. Jetzt geht's weiter. So. Äh, ja. Äh, ja. Äh, äh. Äh, ja, äh. Ja, das würde funktionieren. Was würde? Ah, shit. Okay, ist fertig. Okay, bereit? Ich glaube, damit wir wieder aufs Dach kommen brauchen müssen wir die jetzt. Ohhhh. Ja. Okay, go, go. Keep pushing, go. Oh, der Finger auf Kuh hatte. Ja, sag mal. Ja, Tür zu, Tür zu. Jawoll. Los, hoch damit, los. Hebt die Ersche hoch. Okay, come on. Clem. Sarah, we have to go. Are you listening? Hau. 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 Hau ihr eine runter, damit sie nicht mehr klarkommt. Sie ist kein feines... Äh, sie ist zimperlig. Nur mach. Greif sie dir. Hau ihr eine runter, Mensch. auch scheiße ich hätte auch mann ich muss ja sie was ich nehmen sollte tja sie wollte nicht ja sie war glaubt für die welt nicht geschaffen sie kam damit noch nicht zurecht das war gerade den cappuccino trinken hier ich hatte so müdlichkeitsanfall kennt ihr das wir habt lange geschlafen und sei dann irgendwie trotzdem gorgi und kommt nicht einfach hoch auch wenn jetzt kein cappuccino kein energy jetzt gehabt hat um wach zu werden dauert das echt ewig er das ist echt voll haben so äh du hast sie auch ich weiß ich weiß es ist schwer zu hören aber du wirst sie nicht mehr able zu retten sie Sie war niemals in diesem Weltkrieg. Ja, ich glaube... Ich glaube, dass es nur nichts, was wir tun können. Ich versuchte so hart, um mit ihr zu erinnern. Was passiert da? Als wir in da sind, du bist bereit, um zu helfen. Aber dann, etwas verändert. Schau, ich... Ich habe das schon gesehen, bevor. Ich habe einfach nicht gewohnt. Entschuldigung. Ich... 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 Ich würde mich nicht so schwer sein. Du wirklich nicht helfen hast da hinten. Ich dachte, ich könnte auf dich auf. Ich versuchte mich. Ich versuchte, zu retten Jamie, aber sie... ... hat es gebeten. Und wenn du wirklich auf das, vielleicht ist es besser in dieser Art. Für alle. Wir waren da für hund. Ich würde mich überlaufen, ich würde sie überlaufen. Ich würde sie tun... ... etwas. Ich würde sie überlaufen. Und alles, was ich sie hinterlassen. Luke... Ich würde sie überlaufen. Ich würde sie überlaufen. Ich würde sie nicht überlaufen. Ich würde sie überlaufen. Ich habe sie gesagt, dass sie was sie wollte. Und ich habe sie dort geblieben. Ich bin auf die nächste Gebäude, von mir selbst. Sie wurde geblieben? Du kennst du? Als sie mich nicht überrascht hat, habe ich nicht die Gute, um zurück zu sehen und zu mir selbst zu sehen. Das hat mich für eine lange Zeit geblieben. Aber ich habe endlich gedacht, dass ich sie auf eine Forstmarche durch die Hell, wenn alles sie wirklich wollte, war es für mich, sie zu gehen. Sarah war auch der Weg. Jane? Keine Begegnung für ihre eigene Sicherheit. Oder unsere. Sarah war nicht gefährlich für niemanden. Okay, Fragezeichen immer, steht nichts da. Oh gut. Komm, wir kommen zurück zu deinen Freunden. Ich bin gespannt, wann sie entbindet. Die hat immer so ein komisches Loch im Ohr. Tut mir leid, aber... Und, Nick? Rebecca? Wie geht's dir, wir gehen für einen Moment? Wir geben ihm ein wenig Platz. Ich habe etwas, was ich mit Ihnen zu sprechen. Nein! Nein! Ich werde das nicht schraubieren. Das Baby kommt noch schneller als Rebecca ist. Aber ich hoffe, dass du vielleicht wissen kannst. Luke weiß überhaupt nichts über die Kinder? Hat er, ich weiß nicht, hat er, ich weiß nicht, hat Carlos erzählt ihm etwas? Er kann versuchen. Ich weiß nicht, was er noch nicht zu tun hat. Ich bin nicht bei dir. Ich bin nicht bei dir unter anderem. Ich bin nicht bei dir. Ich bin nicht bei dir. Aber ich bin nicht bei dir. Oh, was ich mit dir? Also, was ich hier in die Nachrichten? Ja. Wir sollen gucken, dass wir mit Kenny reden, weil er ist der einzigste mit Erfahrung mit den ganzen Walkers. Und er hat auch... Wir sollen jetzt mal mit ihm reden, damit er sich nicht verkriecht, weil wir ihn brauchen. Selbst alleine für das Baby, wenn es mal eng kommt. Oder Walkers kommen oder was auch immer. Aber wir gönnen ihm aber auch nicht eine Ruhe zum Ausruhen. Rick braucht ja auch erstmal eine Zeit, um runterzukommen. Deswegen hat er auch den Massenmörder gespielt da im Knast. Aber bei den ganzen Zombies ist es ja dann auch Wurscht und Käse. Jetzt müssen wir natürlich wieder mit ihm reden. Ob das so toll ist, ist wieder was anderes. Ja. Dann... Ja, ich drück und mach's nix. Geil! Ja. Und jetzt? Doch so gut ist jetzt. Ich glaube nicht, dass er gestört werden will. Äh, wir sind hier, um zu checken, wir sind... Äh! Ich glaube nicht. Und dann bin ich wieder aufgewachsen. Und nichts hat verändert. Ich bin immer noch ein Bieten. Jeden Tag. Duck. Katja. Sarita. Keine Friede. Keine Rest. Die Pünche sind einfach immer wieder gekommen. Warum der Herr könnte Carver einfach mich ausführen? Obviamente, ich habe niemanden helfen, weil ich hier sein bin. Wahrscheinlich noch gehen, dass er schon so furchtbar was auf den Murmel gekriegt hat. Das ist nicht wahr. Du hast mir alles geholfen. All die Zeit. Ich brauche dich. Ich habe gesehen, dass du dir sich umgekehrt hast. Mehr als alle drei Adelte zusammengebracht haben. Aber, äh... Dankeschön, dass du das sagst. Nein, nicht über dich über das. Es ist nichts. Es hat mich noch nie zu töten. Vielleicht kann einer von den anderen es dir für dich schauen. Oh, schade. Das bedeutet, was ich glaube, es macht? Was sollen wir tun? Wir sollten sehen, was passiert. Wir konnten ihn doch überreden? Wow. Hat Kenny aber ein gutes Gemüt, ey. Mann, Mann, Mann. Hätte ich nie gedacht. Ja. Oh, Christ. Wir sollten... Ich weiß nicht, was wir sollten. Oh, fuck. Ist das supposed to happen? Kenny, danke Gott. Ich glaube, die Baby wird kommen. Was machen wir? Okay, okay. Gib mir einen Moment. Kein Weg kann Rebecca trafen so sein. Er ist richtig. Sie wird viel ruft. Sie werden sie auch können. Das Ort scheint nicht sicher für ein Baby zu sein. Es ist, glaube ich, kein guter Platz, um ein Baby zu kriegen. Also wir sollten uns... Also gehen wir jetzt zum Museum. Ist nicht weit weg. Das könnte sie doch schaffen, bevor sie das Kind kriegt. Was? 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 Ich wünsche dir, dass Sie mir und Mike eine Hand geben, nach dem Museum zu schauen. Aber ich dachte... Wie wissen wir, dass Jane nicht einfach rauskommt? Vielleicht sollten Sie mit ihr gehen. Sicher, dass sie zurückkommt. Was bedeutet das? Sie wissen, dass sie nicht sehr lieben sind. Und sie hat sich auf die eigenen Leute gewöhnt. Und sie hat erlangen, um schnell zu gehen. Ich glaube, es könnte nichts sein. Sie hat uns so viel geholfen. Ja, nein, Sie sind richtig. Vielleicht ist es nichts. Nur etwas, um zu denken. Okay. Wir schauen für wärmeren Blankets. clean water. Disinfektion. Das klingt alles richtig? Vielleicht sollte ich mit Jane gehen. Better hurry and catch up. Okay, alle wissen, was zu tun. Let's be fast. Und be careful. Okay, wir teilen uns auf in zwei Gruppen. Um das Gebiet zu erforschen. Oder zum Museum zu gelangen. Nee, die anderen gehen zum Museum. Wir gucken uns woanders um. Aber das sieht ja... Okay, jetzt sind wir wieder gefragt. Können wir nicht rennen? Ach, dann können wir schneller gehen. Das ist richtig. Ich freue mich auf's.